Ich bin gerade eben angekommen und zwar wurde ich eingeladen von L'Oreal auf die Berlinale. Oh mein Gott, ich bin total aufgeregt. Und tadaa, schaut mal, wer hier zufälligerweise in meinem Zimmer ist. Ich bin das Interieur, das ist der Einzige, also ich war hier zufällig auch. Ja, also die war einfach da gesessen, ne? Einfach mal so. Kennt ihr ja alle, meine Steffi. Und wir gehen jetzt gleich zum Essen, wir freuen uns. Gleich ist noch Kleiderprobe, Kleiderantrobe. Genau, bin ich schon total gespannt und morgen geht's los. Ich nehme auf jeden Fall die Kamera mit, die Steffi mit Sicherheit auch. Steffi darf auch mal was sagen in meinem Video. Ich darf auch mal. Ich freue mich endlich mal in Heidis Video zu machen. Weiß ich noch nie. Oh, ich bin hier mit dem Buch fast umgefallen. Okay, also meine Lieben, ich hoffe, ihr freut euch. Bleibt auf jeden Fall dran, wenn es euch interessiert und ich würde sagen, ganz viel Spaß beim Video. Steffi hat mich schon mal fertig gemacht für heute Abend. Ich wollte das eigentlich mal in der Toilette machen. Hei, Lama, darf ich dann kurz essen. So, ich zeige euch jetzt noch ganz schnell das Hotelzimmer und dann müssen wir zum Essen. So, so edel hier. Oh mein Gott. Hier bin ich und jetzt mache ich eine ganz kurze Ruhmtour von diesem wunderschönen Zimmer. Oh mein Gott, ich bin schwer begeistert. Schaut euch bitte schön mal an, wie edel das hier aussieht. Hier ist mein Bett und hier liegt noch was. Kleines Goodie. Machen wir auch gleich noch zusammen auf. Hier, wunderschön, wirklich. Also, ich bin irgendwie sprachlos, was ja nicht ganz oft vorkommt, ne? Wir gehen mal zusammen ins Bad. Wow. Hier ist die Dusche. Ah, da steht auch noch was. Ja, cool. Da gehen wir doch direkt mal zusammen hin. Aha, okay, cool. Ein Shampoo. Und schau mal, wie edel das alles ist. Oh mein Gott. Und hier ist die Toilette. Voll edel. Also, wirklich. Ich bin total begeistert. Und hier bin ich. Gerade angekommen. Und jetzt machen wir mal zusammen das Goodie auf. Oh mein Gott. Ich habe natürlich schon reingespitzt. Colorige La Palette. Wahnsinn. Wahnsinn. So schön, diese Farben. Also, da freue ich mich wirklich riesig drüber. Und dieser Duft, der ist einfach unfassbar. Und diese Verpackung. Schaut euch das mal an, wie edel das ist. Das ist so Gold. Und hier hinten seht man dann noch mal die Farben, die eben in der Palette sind. Richtig schön. Merci. Wir machen jetzt den Betttest. Auf drei. Okay, ich bin bereit. Wie die Kinder mit 17. Auf drei. Eins, zwei, drei. Wuhu. Wir sind so bescheuert. Das sagt ihr euch. So, wir gehen jetzt lecker was essen im Bapiano. Hier ist die Schwesti. Und hier ist die Fulia. Die kennt ihr mit Sicherheit auch, gell, Fulia? Bestimmt. Und wenn nicht, dann schreibe ich keinen Sinn. Genau. So, wir lassen es uns jetzt schmecken. Ich habe echt total Hunger. Ich habe auch so viel Hunger wie es. Hunger, Hunger! Ich bin dauernd am Ende. Das schmeckt jetzt auch super. Das war mein Ohr. Sag mal Hallo. Hallo. Wollen wir das essen? Ja, wo ist das? Das war lecker. Alles gut, bis jetzt. Das war mein Essen. Lecker Fusilli mit Salvia und Pesto und einen kleinen Salat und total ungesund eine Cola. Wir lassen es uns jetzt schmecken. So, wir sind jetzt in der Suite. Und ja, wir setzen jetzt Kleider an, probieren. Ich weiß nicht, ob ihr mich überhaupt hört. Schaut mal. Hier sind auch die anderen Mädels. Du musst mir nochmal deinen Namen sagen. Akadius. 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 So, das kann ich mir niemals sagen. Bitte? Sie liebt mich. Also, ich zeige euch später, was da hinten ist. Oh mein Gott. Ich flipp aus. Später. So, also wie versprochen, meine Lieben. Hier, schaut mal. Was für ein Paradies für uns aufgebaut wurde. Oh mein Gott. Ich hoffe, dass vielleicht ein Kleid für mich dabei ist. Ich bin gespannt. Was meint ihr? Ist hier was dabei? Mit Sicherheit, oder? Oh mein Gott. Ich bin gespannt. Der Wahnsinn. Schaut mal. Wahnsinn. Oh, das sind alle so schön. So sieht es jetzt aus. Natürlich mit anderer Unterwäsche. Also, entweder das oder ein anderes. Das zeige ich euch auch gleich. Was meint meine Steffi? Was soll ich aus? Das, was du jetzt anhast. Das, was du jetzt anhast. Echt? Ja. Das ist schöner, finde ich. Haben die Mädels auch gesagt in der Gruppe. Mhm. Ich glaube, wir haben es gefunden. Mal gucken. Wir schauen, was ich morgen anhast. Schaut mal. Wir essen jetzt mal schnell Pizza. Und sind auch gemütlich zusammen, würde ich mal sagen. Guten Morgen. Wir frühstücken jetzt mal lecker. Hier sind meine Mädels. Die unterhalten sich gerade. Morgen. Und beachten mich mal wieder nicht. Doch, ich habe es angerufen. Mein rechter, rechter Platz ist leer. Und da wünsche ich mir die heißen. Oh, wie lieb. Also, wir lassen es uns jetzt schmecken. Kommt in den Vortex. So, Kinder. Kinder. Unfassbar. Heidi macht im Hotel ihr Bett. Und die Aussicht zeigen wir jetzt auch noch mal kurz. Ist nicht so dolle. Ist halt ein anderes Hotel, ne? Noch so ein Bunkerbau. Aber hier drin ist es wunderwunderschön. Gehen wir jetzt los? Starten in den Tag? Ja. 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 VIP-Bus. Ist klar. So, da steigen wir jetzt mal ein. So, meine Lieben. Das war der erste Teil meines Berlin-Besuches mit L'Oreal Paris. Ich habe so unfassbar viele Eindrücke sammeln dürfen. Und vom Contouring Workshop hier mit der Miriam Sachs werde ich euch auf jeden Fall noch ein Video zusammenschneiden. Ich hoffe, ihr seid auf jeden Fall mit dabei. Denn es sind ganz, ganz tolle Eindrücke und ganz, ganz tolle Sachen, die ich euch noch zeigen möchte. Natürlich war ich auch auf dem roten Teppich. Und ich habe die Lena getroffen. Das werdet ihr auf jeden Fall alles in meinem nächsten Video sehen. Ich hoffe, ihr seid mit dabei. Alles, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tats'.. Tschüss. Vielen Dank.